Claudia, ganz schön lange vorne alleine, dann später zu zweit. Erzähl mal ein bisschen, wie das war da vorne. Ja, wir wollten ein hartes Rennen haben. Gestern hat man schon gesehen, dass Sabrina Stultjens von uns richtig, richtig stark ist. Und ja, wir wollten einfach ihr helfen, um als eine der stärksten Fahrerinnen dann auch vorne zu sein und um eine richtig harte Attacke fahren zu können. Und eigentlich wollte ich ihre Attacke nur vorbereiten und wollte das Rennen schwer machen und die anderen unter Druck setzen. Und deshalb habe ich attackiert, als es langsamer geworden ist. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dann so weit komme am Ende. Ist natürlich auch gut, damit lebt man auch gerne. Ja, es ist länger geworden, als ich dachte. Und dann natürlich ist es bitter, dann 200 Meter vor Ziel eingeholt zu werden. Aber so ist es relativ spannend nun mal. Das war das, was ich dachte, als du gegangen bist, dass es eben genau für Sabrina wieder ist. Ja. War das genau von Anfang an der Plan, also schon heute Morgen, dass ihr dann an der Stelle geht? Oder war das, weil es dann langsamer wird? Ja, also es war klar, dass schon bei der ersten Bergwertung sicherlich Vollgas gefahren wird. Und direkt vier Kilometer danach kam dann der erste Sprint für Sekunden, der auch richtig wichtig war für die Mädels. Das heißt, es wird dort nicht langsam. Dann schnelle Abfahrt und gleich wieder der nächste Berg. Also es war klar, dass diese Phase vom Rennen einfach extrem schwer sein wird. Und natürlich wollten wir davon profitieren und dann auch die stärkste Fahrerin da nach vorne schicken. Was hast du gedacht, als du dann so lange alleine warst, dass da gar niemand mitkam? War das ein bisschen so ein Schock? Ja, eigentlich ein positiver Schock. Also klar, wir hätten es anders erwartet und es war anders geplant. Aber wenn man vorne alleine am Rennen fühlt, ist es ja immer irgendwie ein schönes Gefühl. Was sagen die Beine? Du hast jetzt ja eine relativ lange Rennpause hinter dir. Ja, also ich muss sagen, es ist schon schwer natürlich ins Rennenfahren zurückzufinden. Auch die Rennen hier sind sehr, sehr schnell, sehr aggressiv. Die Straßen oder die Strecken fordern einfach viel Konzentration. Und man muss immer irgendwie vorne dran sein, um nicht unnötig Energie zu verschleudern. Und ich glaube, es war genau das Wichtige, Richtige, um wieder reinzukommen. Aber es ist schon hart. Also du spürst schon, dass sie noch nicht so ganz da sind, wo sie... Ja, natürlich. Klar, sonst wären ja alle doof, die die ganze Saison Rennen fahren und sich auf ihren Höhekult vorbereiten. Sonst könnte ja jeder zu Hause alleine trainieren fahren. Aber es war trotzdem eine ganz gute Testfahrt für nächste Woche, oder? Zum übeligen Terrain. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Deutsche und auch für den Giro ein bisschen, ob die beiden Rennen ein bisschen zu früh kommen. Und ich möchte mich damit selber nicht so extrem unter Druck setzen. Natürlich wünsche ich mir, dass es dort klappt. Aber davon auszugehen, wäre einem selbst gegenüber irgendwie gemeint. Okay, was machst du jetzt mit deinem? Pause. Also erholen, Batterie aufladen und viel. Aber schon logischerweise drin hier. Ja, natürlich. Aber an der Form selber kann man jetzt nicht mehr viel ändern. Okay, danke schön. Ja, danke. Danke. Vielen Dank.